Ist das für dich das perfekte Chaos gewesen oder wie hast du das gedeutet, was da jetzt passiert ist? Das perfekte Chaos war es nicht, weil dafür haben die Strikes nicht gut genug gesessen. Also da werdet ihr den ein oder anderen sehen, vor allem von Moxley. Guckt mal genau hin, so der ein oder andere Knee-Strike, wo er nicht ansatzweise die Gegner berührt oder auch wie sie John Silver dann so geboxt haben. Und der merkt gar nicht, dass er berührt wird von diversen Leuten aus Moxley Stable. Ja, es war nicht das perfekte Chaos, aber es war ein gut genuges Chaos, so würde ich sagen. Und ich bin froh, dass man uns da ein stimmiges Bild jetzt zum zweiten Mal präsentiert hat. Also wir haben am Anfang der Show das gesehen, was nach WrestleDream passierte, als sie mit dem Truck davon fuhren und dann da auf dem Truck ihre Promo gehalten haben. Und jetzt auch hier verlassen sie wieder auf der Ladefläche vom Truck die Halle, purzeln fast von der Ladefläche runter, weil Claudio so unglaublich schnell losfährt. Das siehst du in Marina Shafirs Gesicht, die so, wow, what the fuck, jetzt fahr doch mal nicht so rabiat an hier. Und nee, ich find's gut, also ich find's gut, dass man uns diesen Bogen erzählt hat in der Show. Der war jetzt abgeschlossen, kurz vor Main Event. Das war ja auch das Segment, was die Show eröffnet hat in unserem Opening-Video mit eben diesem Stable. Und das war doch an sich eine runde Sache. Also das mit der Dark Order, das wird auf dem Parking-Lot-Brawl hinauslaufen, wenn du genau hingehört hast, was Evil Uno gesagt hat. Wir hauen euch überall, egal ob Samstag oder Freitag oder Mittwoch oder auch hier auf dem Parkplatz. Wink, wink. Das sagst du, wenn ein Parking-Lot-Brawl ansteht. Also darauf können wir uns freuen oder auch nicht. Aber auf jeden Fall passiert was. Und Jungs, die sonst kein Spotlight kriegen, kriegen Spotlight. Auch wenn man bei der Dark Order streiten darf, ob die das noch verdient haben. Es gibt einige AEW-Fans, die feiern das sehr. Es gibt andere, die sagen, hm. Ich sag mal so, also wenn ich jetzt mal meine Conclusion ziehe für das Follow-Up in dieser Woche, jetzt für diese ganze Moxley-Story. Also sie haben das schon so weitergeführt, dass ich interessiert bleibe. Das ist erst mal das Wichtigste. Und wir haben schon im Laufe der Review angesprochen, wie das seine Kreise durch den Locker-Room zieht. Was mir etwas gefehlt hat und was man in meinen Augen hätte größer und wichtiger wirken lassen können, wo waren denn heute die Reaktionen und die Stimmen von denen, die am Ende vom Wrestling-Dream im Fokus waren? Von einem Orange Cassidy, von einem Darby Allen, der basically gar nicht bei der Show war. Ja, von Danny Garcia, der sich dann mit der Elite abgegeben hat. Hook auch gar nicht zu sehen gewesen. AEW möchte mir quasi subtil sagen, das sind die nächsten Top-Guys. Aber wie haben die sich denn gefühlt, als Brian Danielson auf der Trage aus der Arena gebracht wurde? Als seine Karriere vor ihren Augen, ähm, ja, wirklich den Bach nochmal runtergegangen ist? Das fand ich ein bisschen irritierend. Davon ab gibt's halt noch, naja, so ein paar Baustellen. Swerve haben wir ja vorhin angesprochen, der hat da gar nichts dazu gesagt, den bockt das auch nicht. Und das ist dieser schmale Grad bei dieser Invasion-Story. Man muss halt aufpassen. Jetzt zum Start die Dark Order wegfetzen, von mir aus noch okay. Aber wenn du willst, dass die Leute die Story in den nächsten Wochen weiter als wichtig erachten, muss da ganz schnell mehr kommen. Und da müssen größere Namen involviert sein. Weil niemanden juckt, ob die Moxley-Fraktion Action and Ready, Top Flight und die Dark Order wegrotzt. Das juckt niemanden. Deswegen aufpassen. Overall, was fürs Follow-up von einem Mordanschlag, schon noch hinter dem zurück, muss man ehrlich sagen, was man noch an Emotionalität in meinen Augen hätte machen können. Und wenn Brian Danielson sein letztes Hemd gibt, damit die Dark Order jetzt nochmal aufbegehren kann, dann sind wir alle einig, dass Tony Khan mal dringend seinen Kopf ausspülen muss. Und ich bin bei vielen, das ist so die Quintessenz des Ganzen, hab ich das Gefühl, die geben sich Backstage Mühe. TJ, ich glaub wirklich, die geben sich Mühe und wollen ein geiles Projekt raushauen und ein geiles Produkt raushauen. Aber, und das sind Dinge, die weiß ich aus erster Hand, dort sind Backstage bei AW verdammt viele, die auch an den Storylines mitarbeiten, verdammt überarbeitet. Die sind verdammt überarbeitet. Die machen wirklich Überstunden noch und nöcher Nächte durch, Tony Khan ruft dich um 4.30 Uhr an und will mit dir über Storylines reden, weil das gerade der beste Zeitpunkt ist. Und die sind so massiv überarbeitet und gerade ein Tony Khan ist so überarbeitet, dass er, glaub ich, kognitiv gar nicht mehr in der Lage ist, diese Storylines mit 100% Leidenschaft und Hingabe zum Detail zu erzählen. Denn das sind genau die kleinen Punkte, finde ich, die man hier ausfindig machen kann. Und es geht gar nicht, finde ich, ja, als Tony Khan. Und genau wenn das bisschen aber noch da wäre, könnte diese Storyline vielleicht noch ein bisschen besser sein und man müsste nicht über so viele andere Dinge hinwegsehen. Das war so heute mein genereller Take. Prinzipiell stimme ich dir zu, aber wir spielen jetzt Debattierclub und ich argumentiere dagegen, obwohl das gar nicht zwingend mein Standpunkt ist. Man könnte auch sagen, dass das vielleicht ein bisschen eine Fehlinterpretation vom Angle am Ende von WrestleDream war, wenn du denkst, ja, damit sollte der Fokus gelenkt werden auf die nächste Riege an Stars, an Hook. Der Fokus sollte gelegt werden auf Hook, auf Orange Cassidy, auf Darby Allen, auf all diejenigen, die da mit ihren Reaction Shots gezeigt wurden. Vielleicht waren das am Ende des Tages nur Statisten und der eigentliche Fokus lag darauf, wir wollen diese Stable rund um Moxley etablieren. Das ist der Fokus. Wir wollen Moxley als diesen Ruthless Killer etablieren. Und das hat man geschafft. Schmückendes Beiwerk war es, dass Darby und Konsorten traurig geguckt haben, aber eigentlich war der Fokus nicht auf denen. Die waren halt da. Deswegen vielleicht gar nicht so schlimm, dass Darby diese Woche damit beschäftigt war, uns eine signierte Autogrammkarte zu verkaufen. Der Darby Allen war halt derjenige, der seinen World Title Shot überhaupt erst an John Moxley verloren hat. Also da kann man natürlich dann sagen, ey, den müsste das doch eigentlich Fuchsteufelswild machen, um mal klarzustellen, dass wir in einem deutschen Podcast sind. Fuchsteufelswild kannst du nämlich nicht übersetzen. Und ich glaube tatsächlich, dass viele mit dieser Impression rausgegangen sind. Wer stellt sich denn gegen diese Übermacht? Und AEW hat das dann eben so subtil eingepflanzt. Wenn es gar nicht so gemeint ist, alright, dann muss man das aber relativ schnell klar machen. Und dann sollte man aber trotzdem, da bleibe ich bei, relativ schnell das nächste große Ziel aufmachen, damit die Leute an der Stange bleiben. Ich glaube tatsächlich, in dieser Woche hat man schon die erste Riege verloren. Die erste Riege dieser, ich gucke mal wieder rein, die ist jetzt schon weg. Ich glaube aber, noch ein paar mehr sind dran geblieben als sonst. Aber die werden jetzt nicht dranbleiben, wenn es weitergeht mit Dark Order und Topfly in den nächsten drei, vier Wochen. Da muss mehr kommen. Und da hoffe ich, dass eben zwischen den Zeilen, sowas wie mit dem Koffer, dass da immer so kleine Hints kommen, dass kleine, spannende neue Gimmicks etabliert werden, die dich fragen lassen, boah, okay, aber warte mal, es ist schon wichtig für mich jetzt die Antwort auf all die Fragen zu erfahren. Das musst du, diese Flamme musst du bei den Leuten, die es gucken, in meinen Augen hochhalten. Ich mache mal einen Vergleich zum Film. Weißt du, was wir hier haben? Wir haben einen tollen Antagonisten, aber uns fehlt der Protagonist jetzt, wo Danielson weg ist. Das ist wie, wenn du einen interessanten Film mit dem Joker siehst und der Joker macht verrückte Sachen und haut so ein paar unwichtige Handlanger weg. Gutes Beispiel, ja. Aber wo ist der Batman? Mhm.